Ja, nur noch mit Auto unterwegs, aber Autos gibt es ja auch nicht mehr. Wo gibt es denn Autos nur noch? Es gibt ja gar keine Autos mehr im Spiel. Einmal da hinten waren wir gewesen, Chonka Speedway, hier vorne, nirgends für Autos. Aber du siehst auch keinen mehr rumfahren mit Autos so wirklich, ne? Da auf Dach lang. Doch, doch, einer kommt mit, einer kommt mit. Aber ich glaube, die gehen hier vorne. Na ja, komm, lasert mich jetzt am besten direkt noch runter, komm, wenn die landet. Direkt im K7 wieder, wie letztes Mal und dann. Ein Team ist hier und einer kommt hier links. Hier, Bro, hier, hier, hier. Oh mein Gott, der hat 1 HP. Der hat 1 HP dort, der hier beim Stein. 1 HP. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Vor uns sind noch 2, vor uns noch 2. Ja, ich hab noch keinen. Um, um, um. Hat 29er Hit. Ist down, down, down. Der ist dahinter am Stein, Bro. Ja. Ist down, ist down, ist down. Dein Kollege ist vor mir. Yes, yes. Alles gut. Nice, Bro. Wir werden jetzt gar nicht mehr move'n, Bro. Wir werden jetzt wirklich nur noch... Also, wir gehen jetzt nur noch... Ich mach schon, ich sag dir. Ich werde jetzt auch wieder mit Impuls spielen. Ah, ich hab mal locker, Leute. Ich bin so schlecht. Weg. Ja, wir haben grad einfach 0 Punkte gemacht. Ich will ja nicht sagen, wenn die besser wären oder geiles Aim haben oder so, ne? Aber Zone ist endlich mal auch nice für uns. Aber das waren ja halt wirklich die letzten Schmutz gegen... Ey, Bro, ich drehe jetzt. Alleine auseinander genommen. Real RIP. Und sowas killt uns dann. Ja, ich camp jetzt. Schöne ich auch in den Busch. Oder hier drin geht auch auf. Ja, Bro, wir gehen einfach auf Dach und dann campen wir die da ab, weißt du? Ich camp jetzt hier. Von's, Bro. Von's. Da. Ja. Vor allem die Zeppelin noch besser, Digga. Ja, wir warten jetzt hier einfach erstmal, was Zona sagt. Aber guck mal, hier ist auch kein Auto mehr, ne? Also... Jeder Busch ist ein Duo drin. Hast du hier einen Hube? Ja, guck. Bro, wir müssen da aufs Haus gehen, das wär geil. Aufs Haus wäre da beim Haus. Der Busch. Da oben sind welche, da oben sind welche. Komm mal mit, lass mal hier lang. Wir gehen hier ins, hier beim Haus. Bro, ist down, Leute. Hä? Snacker? Hä? Wie hat er den gekillt? Ich will gar nichts machen. Man muss einfach nichts machen. Man muss noch campen. Aber die haben doch ein Bot. Die holen ja alles. Jetzt bleibe ich es, wenn du brauchst. Sechs Stück. Hier vor uns ist ein Busch, Bro. Komm mal her. Da sprinten wir jetzt gleich rein. Eins. Okay. Lass die letzten lasern. Drei. Zwei. Eins. Oh, wir haben hier gute Posi. Komm mit. Komm mit. Wir gehen hier aufm Dach. Wir gehen hier aufm Dach, Bro. Ich hab Co-Catcher. Er landet hier bei uns. Er ist unter uns. Scheiß drauf, scheiß drauf. Komm her, komm her. Aber der ist... Der ist alleine. Er ist Inno. Er hat ein Pistel. Haben. Ein Pistel gehabt, ey. Der hat nicht mal ein Mate. Der Mate war immer tot. Na ja, haben sie wahrscheinlich gerade gut. Lass mich hoch. Ja, ich komm. Komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit. Warte. Lass uns warten. Der muss nur in der Zone, glaube ich. Nee, ist drinne. Komm, komm, komm mal hier. Wollen wir den holen? Ja, ich bin drinne. Komm, was hier runter? Der ist vor uns. Ja. Ich hole den Co. Der ist da drin. 30, 45. Ist down, ist down, ist down. Haben wir einen Knock? Komm wieder zurück, komm wieder zurück, Bro. Nur Knock. Komm. Und wieder tot aus Busch, Digga. Nein. Komm schon wieder, Ach, Digga. Ich konnte nicht mal den Puls werfen. Ich bin schon tot, schon wieder, Digga. Ich hab 280. Hast du noch einen Puls da, ne? Ja, ganz viele. Wo waren die in Busch? Ne, das sind jetzt, guck links. Ach, die waren, die da rotiert sind. Und von vorne auch, aber... Die sind weg. Die haben nicht mal Loot genommen. Du kannst echt dahin gehen, jetzt nur den Puls. Und mich über gut. Ne, dann kommt der Solo mal. Das ist der Solo. Oh Gott, mein Aimbräuch. Ich bin so schlecht gesonnen. Geht an Modus. Ey. Bro. Gib mir Double Headshot. Du kommst nicht mal rein, Digga. Die halten dich jetzt. Bei meinem Loot liegt alles. 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 Ich hab die Jams gerade auf. Let's go. Beim Panzer sind da welche. So krass, so krass. Du musst glaub ich mit Impulses auf den Baum hochkommen. Du kannst echt noch alleinigen. Ja, ich kann's echt noch, ja. Oh, soll ich so ein Panzer rein? Wenn dann niemand ist. Du kannst ja einfach fahren und die Leute können drauf gehen und schießen. Die können hier... Links einer low. Der ist low, der link. Du kannst noch mehr hin. Ey, boah, scheiß auf Panzer ist Müll, oder? Ich hab einen Puls, boah, scheiß drauf. Du hast alle Punkte, die B hat. Da war einer eben. Da war einer eben. Viele Solos glaub ich. Ein Duo nur, wenn der genug stirbt. Pass auf mit Busch. Es war klar, es war klar. Es ist so schlecht. Ich hab's schon gehört. Ich hab's auch gehört, wie der nachgelernt hat. Wow, es ist zu krank. Es ist zu krank. Das war's. Wie ein Gedanzt.